Herzlich willkommen zu einem neuen Video! Samy und ich wollen uns heute den marokkanischen Sänger Sahad Lamjaret angucken mit dem Lied Ikhalik Lili. Und das Lied kam letzte Woche raus und hat schon mittlerweile 16 Millionen Klicks. Ich bin sehr gespannt. Wir haben letztens eine Reaction zu ENSAI gemacht und das war ein richtig cooler Song. Du kennst ihn ja auch ein bisschen länger. Ich seit ENSAI. Ich hab dir die Idee angezeigt. Ja. Bin gespannt wie der letzte Song ist. Gitarren. Oh, cooler Hemd. Und wieder blond. Wie bei ENSAI. Da war er auch blond. Sieht aber gut aus. Da sind echt ein paar witzige Danceboos bei. Das ist so ey. Schön orientalisch angehaucht mit so traditionellen Instrumenten. Das ganze Video wo du so im Studio gedreht. Aber mit coolen Farben finde ich so im Hintergrund. War glaub ich auf jeden Fall nicht so teuer. Das sieht schön aus. Mit dem Lila. Er hat wohl das ganze Geld für ENSAI verbraucht. Ja. Er weiß auch mal was cooles. Was anderes. Mit Lyric. Auch wenn man es eh nicht so aussprechen kann wie es da steht. Außer man kann Arabisch. Was heißt dieses Dreieck? Ist das ein Buchstab? Ja. Oh. Er hat ein bisschen Ernst gekriegt. Feier. Die ganze Zeit nur am Grinsen. Fröhlicher Mensch halt. Ja. Worüber das Lied vorgeht. Ja. Liebe. Ja. Liebe. Ja. Liebe. Ja. Der Style ist besonders besonders. Ich mag dieses Hemd und die Hose dazu. Ich will es auch haben. Okay. Ich will es nicht. Ist cool aus. Cool für ein Musikvideo. Aber nicht für den Alltag. Der kann auch alleine feiern glaube ich. So wie der abgeht die ganze Zeit. Ja. Masch. So wie du es nicht. Ich mache das. Und ich habe Disse. Boom. Nice nice nice. NiceER Song muss ich sagen. Aber echt. Cool. Also ich muss sagen nach ENSAI. Und die ist es. Ich glaube ich werde langsam auch ein Fan von ihn. wie fandest du das lied? ich fand es wie alle seine lieder richtig gut er macht ja meistens so partylieder und westlich angehaut aber trotzdem noch irgendwie arabisch also mit der arabischen instrumenten und das gefällt mir halt richtig ja das fand ich schon eher so richtig orientalisch und es war echt schön also ich mag es richtig gut schreibt gerne in den kommentaren wie ihr das lied fandet und ob ihr es mögt und falls euch die reaction gefallen hat lass ein like da abonniert für mehr videos falls ihr vorschläge habt andere saarlangere songs oder arabische künstler schreibt es gerne in den kommentaren ja dann sage ich mal tschüss und bis zum nächsten video